Ja, hallo. Heute ist Tag 3 der Quarantäne. Heute ist es gut. Es sind zwar ein paar Wolken am Himmel, aber im Pool ist noch kein Mensch da. Der Frühstücksraum und danach werde ich mal nach dem Frühstück ein bisschen Fitness machen. Weil nur Essen und Trinken, das ist also nicht das Wahre. Hier ist der Fitnessraum. Aber man kann sich auch ein bisschen bewegen. Ansicht von oben. Mal schauen, was es heute gibt. Angesagt wurde, dass die Bars heute geschlossen haben. Das weiß man aber noch nicht. Und was aber schon feststeht, dass ab 9 Uhr abends kein Bier mehr verkauft wird. Und dass ab 11 Uhr die Geschäfte geschlossen sein müssen. Ja, jetzt geht es mal zum Frühstücken. Wird das gleiche sein wie gestern. Also es wird alles sehr steril. Die Gläser, wenn die kommen, sind sie mit Folie zu. Ja, alles eingepackt. Ich stelle immer das gleiche. Immer direkt fest. Man kann sich aussuchen, was man haben will. Also Toast, 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 Croissants, Ananasfrüchte, Ananas oder was man möchte. Oder man nimmt Kontinentalfrühstück. Oder man stellt sich sein Frühstück selber zusammen. Die hier ist also. Man kann es machen, wie man es möchte. Und die Portion ist gut. Und jedes Zimmer hat zwei Frühstück. Ob man alleine ist oder zu zweit. Zu einem Zimmer gehören zwei Frühstückscoupons. Ja, werde ich mal schmecken lassen. Und nachher ein bisschen oben abtrainieren. Und ein bisschen schwimmen gehen noch. Muss ich mal schauen. Ja. Ja, jetzt gehe ich zu meinem morgendlichen Check-up. Mal sich in der Lobby an der Rezeption einmal viel vermessen. Und meinen Scoot einkennen. Der für das Schabar-System wird da eingekennt. Nicht jeden Tag muss man sich da Auto einscannen. Nicht, dass mal einer abhaut. Das merken sie dann gleich. Den können sie dann zurückverfolgen. Über der GPS, was auf eingetragen ist. Ja. Nachher wird der Wirrpool hier eingeschaltet. Es geht richtig gut ab. So, jetzt gehe ich mal zu Lobby. Also es ist wirklich, wirklich schön grün angelegt. Und gepflegt. Und gepflegt. Ja. Okay. Your room number is? Samhadjet. 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 Hi. Oh, Tinnitik war. Ja, da haben sie extra für mich den Wirrpool gemacht. Da werde ich mal ein bisschen Spar machen. Ja, alleine macht er eher Spaß. Aber zu zweit wird er eher noch besser. Ja, heute ist Spartag, der Schönheitstag. Wenn man schon im Wirrpool geht, dann soll man danach auch die Pflege weitermachen. Jetzt gehen wir und lassen wir Manikür und Pedikür machen. So, aber man sollte vorher fragen, wenn man im Laden geht, wie teuer das ist. Nicht, wenn man fertig ist, dass böse Erwachen kommt. So, jetzt werde ich mal reingehen. So, jetzt bin ich fertig. Machen die Kür. Fertig Kür. So, da ist der alte Mann ein bisschen aufgefrischt. So, es ist immer das Gleiche. Wenn ein Verlangen irgendwo im Laden kommt, dann wollen sie die Preise hoch machen. Wenn man vorher fragen. Wenn man nicht fragt, dann muss man zahlen, was sie haben wollen. Ne, die nehmen wir einmal in dreifach. Ja, die Ansage war falsch, dass die Bars heute zu sind. Alle Bars sind offen bis 19 Uhr. Entschuldigung. Alle Bars sind offen bis 21 Uhr. Alle Bars sind offen bis 18 Uhr. Die Lehrer von der Schule, die singen alle. Ja, da fehlt ein bisschen Training. Ich glaube, die Kinder, die in der Schule sind, die können das besser als die Lehrer. Die Schule von Phuket, die Lehrer davon. Ja, das war's für heute, der dritte Tag. Mach ich heute mal Schluss, ein bisschen früher. Geh heute Abend mal ohne Kamera raus, weil der Feind guckt immer mit. So, bis dann, euer Dieter.